äh wie komm ich denn hier hoch rein denn aha oh shit mach doch sowas nicht ähm geh doch ja ernsthaft ich darf leute töten oder es wurde nicht gesagt richtig ach so nicht getroffen werden willst du mich verarschen wie mühsam wie mühsam kann der bitte weg gehen damit ich den hier töten kann hallo danke na dann komm mal her du arschgeige du er ist nicht nah genug so die maschine ist da oben da sehe ich sie auch schon kann leider nicht kann leider nicht zoomen sonst würde ich es machen so jetzt ist die frage wie kommen wir da hin das problem ist da müssten wir quasi durch die tür ich glaube Aber uns wird da... Oh, was? Und der hier? Bleibt der da stehen? Irgendwo muss hier so ein Punkt sein, wo ich hin muss. Aber wo ist der? Ah, da ist die Karte. Zum Bomber gelangen. Das ist jetzt der schwierigere Teil. Und ich habe auch meine Assassinen nicht. Was soll das denn? Ach, heul nicht rum. Ich habe meine Assassinen nicht. Das finde ich sehr gemein. Ich muss mit den Leuten rein. Verstehe. Ich muss mit den Leuten rein. Die Frage ist, wo laufen die rum? Hallo, da hinten. Ich muss irgendwie zu Leuten ran. Und hier wachen? Läuft ihr rein? Kann ich mit euch mit? Oh nein, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Okay. Von mir aus kann er jetzt auch Musik machen. Alter, könnt ihr euch bitte aufhören zu trennen? Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Ich muss hier nur ein bisschen durch, weil ich habe Dinge zu erledigen. Lala, 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 lala. Nicht, kein Scheiß, Leute, kein Scheiß. Immer schön weiterlaufen. Lala, 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 lala. Wo das ungefähr hinführen könnte. Uiuiuiuiui. Nein, das ist doch wieder, das ist doch wieder die Steuerung. Ah ja. So, hier hoch. Dann weiter da hoch wahrscheinlich. So, da oben wird einer sein. Irgendwo. Da ist er. Und Tag. Mein Name ist Putz. Oh, macht doch nicht so einen Lärm. Alter Vater. Hier sind ganz schön viele. Leute, wir müssen... Was? Wir müssen da hoch. Meine Fressie. Oh, fuck, man. Das kann doch nie wahr sein. In jeder fucking Ecke sind die uns. Ja, die Frage ist halt, wo am besten lang. Ich muss wahrscheinlich von rechts rüber, oder? Alter, das kann doch nie wahr sein. Sobald die wieder nach hinten gehen, versuche ich mal... Hier ist so ein Ding. Wahrscheinlich ist unten... Heu. So, wir sind erst mal drin. Wir sind erst mal drin. Jetzt ist die Frage. Oh, shit. Bitte nicht nachgucken, bitte nicht nachgucken. Lang, sehr schön. Da drüben gehen noch welche lang. Ich muss ein bisschen gucken, wo die lang gehen. Der guckt nach... ...im Brunnen. Oh, Gott. Ähm. Alter, mach nicht wieder so'n Scheiß hier. Ähm. Wo sind die? Die gehen jetzt hier unten rechts. Wenn ich hier lang gehe. Okay, das... Abgesehen von den Typen da oben, wirkt das hier gar nicht so schlecht. Aber da ist jemand, oder? Ah, ich kann hier rüben. Scheiße. Nein! Was machst du denn? Boah, manchmal könnte ich den Typ einfach nur verprügeln. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Geh doch hoch! Auf dem Turm ist keiner. Aber da hinten ist einer. Scheiße. Sieht der mich? Der will mich doch bestimmt sehen. Ich muss da unten hin, was? Warum muss ich da unten hin? Was macht denn das für keinen Sinn? Okay, bitte, bitte lass es reichen. Oh, Alter. Okay, alles gut, alles gut. Gut. Bisher zumindest. Bisher zumindest. Nein, nicht dein Ernst. Alter, das ist nicht dein Ernst. Mann! Oh, dieses Spiel ist manchmal einfach so dreckig. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, gut. Ich bin drin. Oh. Gott sei Dank. Das wäre... Alter, wäre das mies gewesen. zum Bomber gelangen. Okay. Alles klar, ich muss wohl hier innen hoch. Irgendwie. Oh, das wäre jetzt so mies gewesen. Reine. Alter, mich juckt die ganze Zeit die Nase. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Da denkt irgendjemand an mich. Bist du das? Alter, das kann doch nicht wahr sein. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. So. Tschuldigung. Aber heute ist es irgendwie... schlimm. So. Ähm... Okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. Der Verwalter. Also in real, das würde ich nicht unbedingt... Alter. Das würde ich nicht unbedingt... ein paar explodierten Garten. Aber wir wissen, dass diese funktioniert. Ah ja. Okay. Wenn ich das gleich betätige, wird es wahrscheinlich gleich rund gehen. Deswegen... kurz ein bisschen... Nase kratzen. Kaffee trinken. Und dann geht's los, Reine. Ah, lecker Kaffee. So. Er ist zwar inzwischen schon kalt, aber... Okay. Probieren wir es mal. Ähm... Ah, okay. Alter, wie mies. Oh Gott. Sie wollen noch mehr Wachen herstellen. Leonardo, du hilfst mir, sie aufzuhalten. Oh Gott. Das wird so in die Hose gehen. Ich weiß es doch jetzt schon. Ähm... Aha. Wie schieße ich denn? Ähm... Hallo? Ich hab's doch getroffen. Ähm... Alter, die Steuerung. Nein. Oh! Eier. Eier. Oh, scheiße. Ich... Ich krieg die Steuerung nicht. Klar. Shit. Wie geht denn das? Hier gibt's ja auch nicht irgendwie so wie beim... beim anderen Teil, wo man hier diese... diese Feuer hatte. Hä? Äh... Was? Was war das denn? Wie komm ich denn hoch? Ach so. Oh, jetzt verstehe ich. Ja gut, jetzt ist es vorbei. Ah. 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 Jetzt verstehe ich. Ich müsste vielleicht auch mal lesen. Okay. Aber es ist nicht so einfach. Freunde. Ähm. Alter, die Steuerung ist schon hart. Ist das jetzt kaputt oder nicht? Ich glaube, ich muss es zweimal treffen, oder? Ja. Ist das Ding jetzt kaputt oder nicht? Ich weiß es nicht so genau. Ja, ich muss es zweimal treffen. Aber das ist das Letzte, oder? Das Problem ist, ich habe keine 100% Synchronisation mehr, weil... Alter, das war doch genau drauf. Das war doch genau drauf. Nein, nicht abstützen. Oh, schade. Naja. Oh, nein. Hä? Oh, fuck. Alter, das ist so mies. Es ist einfach so mies. Ich hasse diese Steuerung, dieses Fluggerät. Hä? Hä? Oh, war das knapp. Eier. Ähm. Er fliegt gerade nicht mehr. Ähm. Hallo? Er fliegt nicht mehr voran. Ähm. Jetzt. Ui, aber nicht... Alter, doch nicht so hoch. Oh, Gott. Ja, komm. Ernsthaft? Nein! Ah! Ich hasse es! Maaan! Das Ding ist so kacke, ey. Sorry. Wollte nicht irgendwie ausfallend wirken, oder so. Oh! Alter! Warum? Oh, das Ding ist viel zu langsam, finde ich. Also, ich meine, den da unten, den ich treffen soll. Uh! Oh, noch einer. Äh, super. Und jetzt kommt er wieder nicht vom Fleck. So, runter. Nein. Nein, 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 nein. Boah. Nein! Ich hab den doch getroffen. Alter, Verwalter. Alter, Verwalter. Wo ist er denn? Ja, wo ist er? Nein! Hat wieder nicht gereicht, Mann. Ja! Jetzt aber, komm! Hä? Na toll! Jetzt ist der andere entkommen. Mann! Das ist doch nicht wahr! Mann! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020